Lama Kadavra. It's magic. Und wir schauen uns das ganze mal an. Auch ein Amigo Spiel. Kartenspiel größer. Öffne das doch mal bitte vorsichtig. Vorsichtig, genau. So, zack. So, also auch wieder plastikfreie Verpackung. Sieht aus wie die anderen Spiele. Da gibt es auch andere Spiele mit Lama. Richtig, genau. Das ist aus der Serie wahrscheinlich eine Fortsetzung und klappert. Oh, weißer Spielscheiß. Es ist schön, dass man sich sogar hier treu bleibt und die Verpackung. Hier hat es nicht ganz geklappt. Ja, irgendwo die Schlüssel wieder. Genau. Was haben wir denn bei Lama Kadavra? Oh ja, haben wir noch. Aufkleber? Ne, das ist. Punkte? Ne. Also irgendwas zum. Es sieht klassisch aus wie ein Amigo Spiel. So kennen wir es. Bisschen wie bei UNO. Das Lama greift tief in die Trickkiste. Aber was haben wir hier? Ab acht Jahre zwei bis sechs Personen von Rainer Gnizia. Dauert ca. 20 Minuten. Und was haben wir denn hier? Ein Lama. Zum Verwechseln ähnlich. Familien, also genau die Hälfte zwischen Familienspiel und Profispiel. Glückslastig ist es ein bisschen und auch wieder zwischen ruhig und turbulent angesiedelt von der Bewertung, die Amigo selber vergibt. Ich mag die Amigo Kartenspiele sehr gern, weil die gehen immer sehr schnell und machen Spaß. Genau. Kleine Unterhaltung für zwischendurch. Dafür ist der Amigo vielleicht auch bekannt. Viel Spaß euch und ich hoffe ihr hattet noch einen guten kurzen Einblick ins Spiel. Bis zum nächsten Mal.